so dieser dunkle ist natürlich auch ein bisschen doof jedes mal wenn ich mich drehen will wechsle ich die waffe aber das scheint auch viechertechnisch hier gewesen zu sein wäre zumindest zu wünschen die tue scheint zu zu sein oder hier geht es zwischendurch wie es aussieht ich gucke aber erstmal hier hinter in die ecke da ist bestimmt was versteckt ne leider nicht wäre aber denkbar gewesen komme ich da durch ne ist offensichtlich nicht so gedacht ist nicht so gedacht dass man da durch soll ich nehme an ich muss an die leiter da aha so also ich fühle mich gerade wirklich an resident evil 7 erinnert allerdings an not a hero das war ja doch eine ganz ganz ähnliche location das war ja optisch war es jetzt sage ich mal auch nicht äh unbedingt so viel besser ne wenn sie überhaupt besser war aber ich glaube ich war schneller damit fertig was was ist denn warum ist die musik so aha ach servus ach je du bist kaputt wenn ich das mal so sagen darf und jetzt ah plexiglas ok also da muss ich glaube ich hin ich muss das ding hier irgendwie drehen den kran bin überzeugt ich möchte aber allerdings allerdings erstmal wenn das überhaupt geht hier einmal rumlaufen schade ich dachte da liegt vielleicht was also jetzt könnte es sein dass es vielleicht wieder einen kleinen showdown hier gibt mit dem kran oder wer weiß ich weiß es jedenfalls nicht ach du heilige scheiße ok ok ich bin mal gespannt hier das ist auf jeden fall so ein durchgang den muss ich glaube ich freimachen äh äh wühlen doch verstehe ich nicht was ist denn das Was? Was wollt denn ihr von mir? Äh, nein. Wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich da eigentlich... Ich muss tatsächlich mal wieder ein Stück vorgehen. Äh, also. Äh, also ernsthaft. Ah ja. So, Alter. Ach, du Scheiße. Alles klar. Äh. Was ist denn das Ding? Oh, ich weiß nicht. Das Ding. Oh, ich weiß nicht. also ich glaube ich kann da jetzt durch oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht hallo, lass mich runter wo bin ich denn jetzt eigentlich, da ist das, wo ich durch will oder kommst du hoch? Moment, schlecht war das hier da unten auf mich? da wartet 100 pro da unten und ich muss, also ich muss, wenn ich da mal durch komme ich guck jetzt einfach mal ich muss, ich muss, ich muss, ich muss da liegen die Kugeln in der Luft, ne? ich muss, ich muss also ich sage jetzt mal, ich gehe scheint aus diesen Käfern zu bestehen ich glaube das war jetzt auch zuletzt ein bisschen Militionsverschwendung da ich glaube es hat wirklich was gebracht, hat es nicht hätte ich vorher auch nach oben gehen sollen an jener Stelle als es da so modern aussah, so ein bisschen nach Quarantänestation oder sowas jetzt weiß ich nicht wo wir hier sind, vielleicht kommen wir jetzt gerade wieder in den Bereich zurück jetzt ist es die Demo, ich glaube, also das erinnert mich jetzt sehr an die Demo oh, Spielchen nein, zurück ich weiß, es sieht komisch aus das ist gut, das ist sinnvoll ja, ich weiß nicht was mit diesen ganzen Artefakten soll, die ich da immer drin finde aber damit weiß ich, was ich tun soll es ist eh, ich muss doch sie mal wieder gerade stellen, jetzt passt es wieder das ist ein Mensch glaube ich hallo äh, stopp hey ganz ruhig ich hab keine Hände mehr ich bin jemand ohne Hände ich dachte, dass jeder tot war woher du bist aus dem Alpha-Team? was hat dir so lange gedauert? du musst raus was ist hier passiert? nicht zu mir zurück bitte zurück soll ich? zurück send down into this hellish place left here to die my whole team gone Ja, habe ich gesehen. Können wir zum Thema kommen? Du hast bestimmt eine Lösung. Das Spiel müsste jetzt auch demnächst rum sein, weil ich bin schon einige Stunden dran. Ich höre auch was. Viel Glück, Freund. Wo ist das? Hat da was zu lesen hier? Heute ist der 16. Juli. Wir haben die Kontrolle verloren. Und vor einigen Tagen hat ein Suhu Wang Sijeng und Liu Yundong getötet. Dann hat das Schloss am Anästhesiologie-Zimmer versagt und einige von ihnen konnten entkommen. Sie haben Wang Li am Haupttor getötet und sich aus dem Staub gemacht. Sie haben den Alarm ausgelöst und wir haben Tor zwei mehrere Tage lang gehalten. Dabei aber viele gute Leute verloren. Die Stromversorgung ist vor zwei Tagen zusammengebrochen und wir wurden völlig überrannt. Wir wollten durch das Transitsystem entkommen, aber einige Suhu's in der Transporteinrichtung sind aufgewacht und konnten aus ihren Käfigen ausbrechen. Die meisten Arbeiter dort sind jetzt tot. Ich bin zur Höhle gerannt und habe den Tunnel hinter mir einstürzen lassen. Was haben wir da? Kann man das auch nehmen? Das kann man natürlich nicht nehmen, ne? Das, was interessant ist. Natürlich ist es nicht so interessant. Das brauchen wir gleich wieder, schätze ich mal, für irgendeine Tür. Die werde ich aber erstmal suchen, bevor ich das Ding jetzt hier wieder 70 mal fallen lasse. Da gibt es noch ein schönes, kleines Spielchen. Ja. Ja Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ist es da? Gut Wenn das alles war, ist das in Ordnung War eine gute Idee, dass ich das noch nicht mitgenommen habe Das Kärtchen da Erstmal den Weg frei ballern, so wie es aussieht Ja, ja, jetzt hole ich das Kärtchen Dahinter ist nichts mehr wieder, nee, okay, alles gut Alles ist gut So, ich da Oh So 5, 3, 4, 2 Ich könnte dafür sorgen, dass ihr hier durchlauft Dann werdet ihr auch abgeknallt Kommt mal her Oder? Das wird so einfach nicht sein, ne? Die werden hier nicht einfach rein Also die Ich kann probieren Ja Ich bin Dann auch nicht schlecht auch hier noch gottchen nur zur sicherheit so alles klar spielchen jawohl klasse ja 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 Ja. Jetzt wird die Munition langsam wieder knackt. Alles klar. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Aber naja, hat nicht geklappt. So wie ich mir das vorgestellt habe. So wie ich mir das vorgestellt habe.